Musik Musik Doch, und zwar nach der Demo abgesagt ist. Aber friedliche Demonstrationen dürften die doch nicht gehen, oder? Ich weiß es nicht. Muss man rausprägen, keine Ahnung. Ich weiß, letztes Mal waren ja die Piraten da und haben sich da vorgestellt. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017